so weiter geht heute mit nicht so sieht wie immer start und wir machen weiter kommen wir mal so wenn man das ding hier zu dann haben wir das auch weg gehen wir auf den bugatti bairon wir haben einiges für uns fünf tage meiner fünf störsender dreimal turbo und 5 mp na ja mal schauen aber sind klingt vielleicht wieder auf gold jetzt sind 22 kilometer und wir haben welche und welchen vertreten heute sind nur drei und das ist ein ziel schaffen das macht doch mal ein bisschen Warte, wir gehen auf den Arzt da rein. Verdächtiger, widersetzt sich der Festnahme. Er wehrt sich. Warte, Kontakt. Ich hätte ja den Streifenwagen-Einsatz mal ein bisschen anarbeiten können. Verdächtiger reagiert nicht auf meine Anweisung an. Versehen, wie er darauf reagiert. Verdächtiger hat mich geheimt. So, weg mit dir. Ich brauche einen anderen Wagen. Einheit ausgefallen. So, der nächste geht duschen. Die Frage ist aber jetzt noch mal, ob wir auch noch schon bekommen, oder ob das jetzt das Ende war. Weil ich habe jetzt beide ausgeschaltet. Wir haben jetzt kein weiteres Fahrzeug. Nadelbänder zum Einsatz freigegeben. Okay, das hat sich schon erledigt mit dem. Nur noch ein EMP-Takdown dazu. Wichtig ist, dass wir den Kopf schon mal weg haben. Damit haben wir die Frage beantwortet. Wir haben noch mal einen Nachschub bekommen. Also die Kopf haben noch mal einen Nachschub bekommen. Zentrale Bitten und Genehmigung für EMP-Einsatz. Da steht nämlich noch einer. Okay, der Helikopter ist frei für euch. Wir gehen auf und klicken bei euch auf. Oh, den Heli. Seht ihr das? Der Heli hat es getroffen. Der Heli hat es getroffen. Den Heli hat es bekommen. Äh, mit dem... Ja klar, das habe ich zu stück gesehen. Scheiße. Ich wollte auch rüberziehen. Bestnahme negativ. Er fährt unähnlich weiter. So, du wolltest irgendwas einsetzen, habe ich gehört. Ich kann die Verfolgung nicht vorsetzen. Abschlusswagen ist zu fettig. Also der ist reingegangen. Definitiv. Abgeworfenes Nagelband in eurem Bereich entdeckt, seid vorsichtig. Nagelband hat Ziel verfehlt. Okay. Schwerfach nicht. Schwerfach nicht. Mögelband in die Einsatzbereit. Ja, die war die Einsatzbereit. Ja, die war die Einsatzbereit. Ja, dann gehst du mir! Du gehst mir gerade in die Einsatzbereit. Der hat dich dich an. Versuch mich von der Straße zu bringen. Ich weiß nicht, genau das heißt, ich hab die wirklich gesehen, da hatte ich mich genau vor dem Außen. Oh, der hat eigentlich... Der hat sich zerlegt und den hinterher hat zurück mitgenommen. Ich brauche den... Weil ich, das ist nicht wahr, der fährt rüber ohne Probleme und ich komme hier... Und ich knall voll rein. Kontakt. Und ich denke, das ist extrem aggressiv, wir müssen das hier jetzt beenden. So leben wir aber, dass sie jetzt auf mich gehen, die ganze Zeit. So, den haben wir uns mal weg. Das war's. Jetzt geht es aber, wir sind zu mir dann nochmal noch, ich hatte immer die Dreiviertel noch das Leben. Verdächtiger wurde festgenommen. Und dann sind sie nämlich auf mich gegangen. Die ganze Zeit sind sie da draufgegangen. Wollte mich ja unbedingt haben. Ach man. Okay, noch ein Versuch. Eigentlich ist es nicht so schwer, wir müssen das Ding ja eigentlich nur scharfen, aber da gingen sie, waren sie dann immer relativ lästig. Ich war eigentlich schön weg vorne, die ganze Zeit, und da konnte es entspannt waren, und da kam ein blöder Fehler. Meine Dinger trafen nicht, meine Herr, meine Füße sind irgendwie trafen nicht, und dann gehen wurden sie richtig an. Und sie lästig. Und sie lästig. Ja, sie gibt mir alles, was ihr habt. Ja, sie gibt mir alles, was ihr habt. Halten Sie an! Probieren Sie es! Versichtiger hat mich gerannt! Ich dachte, das ist so lästig, Kollege. Versichtiger hat mich auch noch mal mitgenommen, den Kollegen hier. Auf jeden Fall ist es den Kopf mal zählen. Mir ist doch eben gerade ein bisschen egal. Wichtig ist, dass ich das Ding überlebe. Ich muss es ja nur nach Hause fahren. Ja, wir brauchen die Karre vor die Nase, im Idiot. Ich bringe ihn jetzt von der Straße. Ach, geh mir nicht auf den Scheiß. Bringt ihn rein. Verdächtiger setzt sich zu wehr. Melde eigene Schäden. So, den hast du aber auch schön gespült mit uns. So, jetzt ist er mal rot. Gut hier. Warum wird uns eigentlich gegen eine Wand gespawnt? Abschleppwagen ist unterwegs. Warum so eine Hülle, wenn ich gegen eine Wand gespawnt habe? Zentrale Bitten und Genehmigungsleiter sind neidisch. Ach Mann, jetzt wolltest du aber wissen. Verkehrsunfall, wiederhole. Verkehrsunfall. Ja, Verkehrsunfall. Wenn man das Spiel sagt, dann komm, hau dich. Das setze ich lieber eine Wand. Das ist immer unser letzter Versuch hier in diesem Ding. Scheiße. Warum musst du doch zu weit weg? Könnt ihr auch mal den Kopf selber angreifen und nicht immer nur mich machen lassen? Ja, meine Fresse, Alter. Wenn ich mal vorne bin, dann haut er mir auf die Fresse die ganze Zeit. Gib mir doch nichts. Hatte Kontakt. Fahrzeug ist beschädigt. Das hat eine Schwitte von mir. Ja, was soll ich sagen? Ihr werdet extrem anhänglich, meine Freunde. Ihr werdet arsch. Lässig, meine Freunde. Der haut mir auch noch einen mit. Nelde Kollision. Zielfahrzeug ist in einem Verkehrsunfall verwickelt. Verdächtiger fährt extrem aggressiv. Wir müssen das hier jetzt behelfen. Ja, fahrarm ist noch rüber auf meiner Linie, du Binderter, Vollidiot. Verdächtiges Fahrzeug ist stark beschädigt. Ja, verdächtiges Fahrzeug. Weil die mir auf den Pist gehen die ganze Zeit. Nagelwandeinsatz bereit. So, jetzt sind wir da ein scheiß Auto da weg. Hier mal. Einheit verloren. Abschlippwagen momentan nicht zur Südbahn. Bitte raus. Na, Nagelwande-Tagdown. Nagelwandeinsatz bereit. Nelde, ich gehe ein Versuch. Nagelwande zerstört. Nagelwande hat Ziel verfehlt. Abgeworfenes Nagelwande in eurem Bereich. Jetzt seid vorsichtig. Und mir ist es letztendlich egal, ob ich jetzt erster, zweiter, dritter oder vierter wäre. Da wäre der Kopf, wenn ich helfe lieber gewesen. Ich wusste, ob ich alles durch kann, glaube ich. Ich wusste, ob ich die Kurve doch durchkommen mache. Dankeschön. Du bindertes Arschloch, Alter. Du gießt mir auch... 500 Meter vorm Ziel. Gib mir den Idioten noch einen mit und sag dann, komm, ich knall dich noch weg. Ich hab das Ding geschafft. Ich wär durch gewesen. Und du musst mir noch einen mitgeben, ey. Oh Mann. Ich wär das Ding noch irgendwie auf Gold... Ich wär das Ding noch irgendwie geschaffen. Du verlierst. Du bist schlecht. Du bist ein Idiot. Du kannst gar nichts. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.